Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank vergeben Kredite nur unter bestimmten Auflagen, die unter anderem auch die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen betreffen. Gerät ein Staat in die Schuldenfalle, so ist er gezwungen, seine wichtigsten Infrastrukturen und Staatseinrichtungen zu verkaufen, um ein weiteres Darlehen vom IWF zu erhalten. Diese in Aktiengesellschaften umgewandelten staatlichen Einrichtungen werden zum größten Teil von internationalen Investmentfirmen gekauft, sodass inzwischen ein Großteil der globalen Infrastruktur unter der Kontrolle von Investmentfirmen ist. Doch wer steckt hinter diesen Firmen? Ihre Inhaber stehen entweder mit den Inhabern der Zentralbanken in enger Verbindung oder sie sind sogar identisch mit ihnen. Also sie sind selber diejenigen, die die Weltbank und den IWF kontrollieren. So gerät die globale Infrastruktur zunehmend unter ihre Kontrolle und spielt damit die Völker in ihre Hand. Damit nicht genug. Die Weltbank verlangt von allen Staaten, die sie auf diese Weise ausplündert, rechtliche Immunität gegenüber eventuellen negativen Auswirkungen, die den Staaten durch die von ihnen verlangten Maßnahmen entstehen. Wir werden ausgeplündert und merken es nicht einmal. Wir werden betrogen und für dumm verkauft, weil wir nicht wissen, was gespielt wird. Wie dringend notwendig ist es, dass Licht in all diese Verflechtungen kommt und es dann auch alle erfahren. Nur so kann noch viel Schlimmeres verhindert werden. Herzlich Willkommen zu Medienklagermauer TV. Unser Thema heute ist die unheimliche Macht der Federal Reserve. Weder die Regierung, der USA noch der Kongress haben ein Recht, in die Bücher der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve Einblick zu nehmen. Der letzte US-Präsident, der die Federal Reserve entmachten wollte, hieß John F. Kennedy. Am 4.06.1963 unterschrieb er die Executive Order No. 11110, mit der er die US-Regierung ermächtigte, eigenes Geld ohne Einschaltung der Federal Reserve herauszugeben. Kennedy wurde am 22.11.1963 getötet. Offiziell durch einen Einzeltäter. Sein Nachfolger, Lyndon B. Johnson, machte in seiner ersten Amtshandlung die Executive Order No. 11110 wieder rückgängig. Seither hat sich kein US-Präsident mehr in die übergeordnete Politik der Federal Reserve eingemischt. Der größte Teil der deutschen Goldreserven soll in den Kellern der Federal Reserve lagern. Eine Inventur ist offensichtlich nicht durchsetzbar. Die Bundesbank verweigert dazu jede Auskunft. Um diese und weitere Unrechte an sich zu bringen und um über jegliches Weltgeschehen zu informieren, ist Medienklagemauer.tv da. Sehen, lesen oder hören auch Sie von einem Unrecht, dann teilen Sie es uns bitte mit. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche noch einen angenehmen Abend. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Ein US-Bundesstaat zeigt, es geht auch anders. In einigen US-Bundesstaaten liegt die Arbeitslosenquote bei über 13 Prozent, während sie in North Dakota gerade mal 3,3 Prozent beträgt. Auch die Löhne stiegen in dem Staat im Mittleren Westen der USA überdurchschnittlich. Die Steuern wurden stetig gesenkt und seit zehn Jahren ging keine einzige Bank mehr pleite. Was ist das besondere Geheimnis von North Dakota? Es ist der einzige Bundesstaat, der über eine staatliche Bank verfügt. Die Bank of North Dakota. Bei dieser staatseigenen Bank deponiert der US-Bundesstaat seine Steuereinnahmen und investiert sie im eigenen Bundesstaat. In anderen Bundesstaaten hingegen werden die Milliardenbeträge an Steuereinnahmen bei Privatbanken deponiert. Und diese investieren in riskante Transaktionen für Gewinne außerhalb des Bundesstaates, für deren Verluste jedoch der Steuerzahler aufkommen muss. Es fragt sich, warum folgen die anderen Staaten nicht dem erfolgreicheren Beispiel von North Dakota? Liegt dies etwa an den meist skrupellosen Besitzern der Privatbanken? Allem voran der FED, der Federal Reserve Bank? Geld regiert die Welt. Wer aber eigentlich regiert das Geld? Jeder strebt nach Geld, geht dafür arbeiten, möchte es erlangen und besitzen. Ein großer Teil unseres Lebens dreht sich um Geld. Aber nur ein eingeweihter Kreis weiß, wie Geld entsteht. Wussten Sie, dass jeder Geld schuld, ein entsprechendes Geldguthaben, in gleicher Höhe gegenübersteht? Beispielsweise hatte laut Bundesverwaltung im Jahre 2011 jeder Einwohner der Schweiz ca. 30.000 Schweizer Franken öffentliche Schulden. Das bedeutet, Bund, Kantone, Gemeinden und Sozialkassen haben insgesamt 427 Milliarden Schweizer Franken Schulden. Für diese Schulden müssen Sie als Bürger, und daher kommt das Wort Bürger, bürgen. Sie sind also indirekt der Schuldner und somit verantwortlich für die Rückzahlung und vor allem für die Zinszahlung. Zinsen zahlen Sie über Steuern, Abgaben, Gebühren, Strafzinsen, Mahngebühren und auch Bußen. Wussten Sie, dass Sie für jede Ware, die Sie kaufen, indirekt Zinsen bezahlen? Denn der jeweilige Hersteller überträgt seine eigenen Zinskosten, resultierend aus seinen Betriebsschulden, die er bei der Bank hat, auf den Preis. Der Zinsanteil, z.B. in Deutschland, beträgt bei der Müllabfuhr 12%, bei der Stromerzeugung 38% und beim sozialen Wohnungsbau nahezu 80%. Wussten Sie z.B., dass Deutschland 25% seiner Steuereinnahmen für Zinszahlungen der vorangegangenen Kredite aufwenden muss? Sie merken also, Kredit und die daraus erfolgende Zinsbelastung tangiert Ihr Leben viel mehr, als Sie es sich bewusst waren. Auch, wenn Sie persönlich gar keinen Kredit aufgenommen haben. Nun weitere wichtige Aspekte übers Geld. Die landläufige Meinung sagt, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Die Wahrheit ist, Geld arbeitet nicht. Arbeiten können nur Menschen und Maschinen. Alle Macht geht vom Volk aus. Die Wahrheit ist, de facto geht alle Macht vom Geld aus. Geld wird vom Staat einfach gedruckt und beliebig erzeugt. Die Wahrheit ist, nur 2% des sich im Umlauf befindlichen Geldes sind vom Staat geschaffene Münzen und Noten. Wie kommen die restlichen 98% des Geldes zustande? Die Antwort, Geld kommt nur und das ausnahmslos über Kredite zustande. Das bedeutet, die Banken lassen über die jeweiligen Noten und Nationalbanken Geld entstehen, indem sie Kredite an Staaten, Privatpersonen und Firmen gewähren. Und dieses Geld verschwindet wieder, wenn der Kredit zurückbezahlt wurde. Die Praxis zeigt aber, dass Kredite in den wenigsten Fällen zurückbezahlt werden. Denken Sie an die Hypotheken in der Schweiz. Die erste Hypothek wird in der Regel nicht zurückbezahlt. Denken Sie an Staatsschulden. Auch diese werden nicht zurückbezahlt, sondern ein neuer, höherer Kredit wird aufgenommen, um den alten Kredit, oft sogar noch mit aufgelaufenen Zinsen, zurückzuzahlen. Wenn ein Staat also mehr Geld braucht, man nennt das auch Neuverschuldung, leitet sich das Geld bei der Bank gegen Zinsen. Die Zinsen aber zahlen, wie eingangs erwähnt, sie. Unser Finanzsystem erlaubt es den Banken, nahezu unbegrenzt Kredite zu vergeben. Man nennt dies ein fraktionelles Kreditsystem. Die Fraktion zur Kreditvergabe ist ihre Einlage oder ihre verpfändete Sicherheit bei der Bank. Aufgrund dieser ihrer Einlage oder Verpfändung kann die Bank bei der jeweiligen Noten- oder Nationalbank das bis zu neunfache an neuem Kredit schöpfen und gegen Zinsen verleihen. Man nennt diese leistungslose Kreditschöpfung auch Fiat Money. Es werde Geld. Und zwar aus nichts. Das bewirkt aber, dass die Geldmenge sich mehr und mehr von der Realwirtschaft abkoppelt und irgendwann den Zusammenbruch des Systems verursacht. Diesen Zusammenbruch versucht man momentan, zum Beispiel in Griechenland, mit allen Mitteln aufzuhalten. Hunderte von Milliarden wurden in den letzten Monaten nach Griechenland gepumpt, um Griechenland zu retten. Wissen Sie, wo all dieses Geld angekommen ist? Es wurde gleich tags zurücküberwiesen an die Gläubigerbanken, die Griechenland in guten Zeiten Geld geliehen hatten. Die Bevölkerung hat von diesem Geld gar nichts gesehen. Ihnen geht es viel schlechter als vor der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Löhne, Gehälter, Renten wurden bis zu 30 Prozent gekürzt. Mütter verkaufen ihre Kinder, da sie sie nicht mehr ernähren können. Väter begehen Selbstmord, weil sie ihre Familien nicht mehr durchbringen. Junge Leute verlassen das Land, weil bereits 50 Prozent aller Jugendlichen arbeitslos sind. Niemand hat mehr Geld zum Konsumieren, obwohl Hunderte von Milliarden nach Griechenland geflossen sind. Wissen Sie, dass ein bekannter amerikanischer Journalist, namens William Dean A. Garner, der auch für die New York Times schreibt, in jahrelanger Recherche herausfand, dass fast alle National- und Notenbanken, auch die Schweizer Nationalbank, von einer einzigen privaten Familie kontrolliert werden? Wussten Sie, dass die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve Bank, ein unabhängiges, unkontrolliertes Unternehmen ist, welches acht Privatfamilien gehört? Wussten Sie, dass bei diesen Familien nahezu alle Geldvermögen dieser Welt deponiert sind? Wussten Sie, dass ein großer Teil aller Zinszahlungen dieser Welt bei diesen Familien ankommen? Der Milliardär Bill Gates erscheint wie ein Almosenempfänger, gegen den Reichtum dieser Leute, die Präsidenten ein- und absetzen, Kriege anzetteln, Umstürze finanzieren, von wegen Geld regiert die Welt und dabei aber immer im Hintergrund bleiben. Wenn sich das so verhält, wer hat versucht, die Dominanz dieser regierenden Familien zu durchbrechen? In der Executive Order Nr. 11110 beschloss ein amerikanischer Präsident namens John F. Kennedy, der Federal Reserve Bank das Recht zu nehmen, Geld aus nichts zu kreieren. Er wollte die Kreditschöpfung zurück in staatliche Hand bringen. Er bezahlte diesen Versuch mit seinem Leben. Der nachfolgende Präsident Lyndon B. Johnson hob nach seiner Amtsanführung diesen Erlass sofort wieder auf. Es gab und gibt auch Noten- und Nationalbanken, die sich weigern, von diesen Familien kontrolliert zu werden. Hierzu ein Zitat aus der amerikanischen Freien Presse. Einige Aufklärer heben hervor, dass der Iran eines von drei verbliebenen Ländern ist, deren Zentralbank nicht unter der Kontrolle der Familie Rothschild ist. Vor dem 11. September 2001 gab es nachgewiesenermaßen sieben unabhängige Notenbanken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und Iran. Im Jahr 2003 jedoch wurden Afghanistan und Irak von der Rothschild-Familie geschluckt und im Jahr 2011 war es auch um die Unabhängigkeit von Sudan und Libyen geschehen. In Benghazi, Libyen, wurde eine Rothschild-kontrollierte Notenbank etabliert, während sich das Land noch mitten im Krieg befand. Bezeichnenderweise gelten die oben genannten Staaten nach einem Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als die Achse des Bösen. Vielleicht können sie sich unter diesem Gesichtspunkt die Kriege gegen Afghanistan, Irak und Sudan, den Einmarsch nach Libyen sowie die Kriegsvorbereitungen gegen den Iran plausibel erklären. Die Geschichte wiederholt sich. Die gleichen Drahtzieher, oben genannte Familien, welche den Ersten und den Zweiten Weltkrieg einfädelten, haben jetzt bereits durch Kriegsvorbereitungen wieder Vorkehrungen getroffen. Vorkehrungen, damit deren Geldherrschaft über die Notenbanken zu den Privatbanken, auch über ihr Leben weiter und unentrinnbar gefestigt wird. Als letzte Bastion des Widerstands soll nun auch Syrien fallen, damit freie Hand gegen den Iran, den Besitzer der weltweit zweitgrößten Erdöl- und Erdgasvorkommen, gewährleistet ist. Wenn überhaupt, dann kann im besten Fall auf dem Weg der Volksaufklärung über diese Zusammenhänge der Beginn des Dritten Weltkriegs vermieden werden. Daher lasst uns erwachen und unser Umfeld über diese Tatsachen informieren.